Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um ein Produkt, was ich jetzt auch schon vier bis sechs Wochen bestimmt hier rumliegen habe. Es handelt sich um ein neues Produkt aus dem Hause Bayers Oil, nämlich um die sogenannte Beard and Hair Pomade. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Kombiprodukt für Haare und Bart. Eine klassische Pomade, möchte ich sagen, also eine fettbasierte Pomade mit mittlerem beziehungsweise starkem Halt, je nachdem, für was du sie verwendest. Und wie gesagt, ich habe sie jetzt in ein paar Wochen hier schon rumliegen, habe die ziemlich seit Release bekommen eigentlich. Aber ja, jetzt gibt es eben endlich ein Review hierzu. Ich denke, am passendsten lässt sich das Produkt so beschreiben, dass es eine festere Version ist von dem Bayers Oil Bart Balsam. Der war ja an sich schon relativ fest, wie ich auch in dem dazugehörigen Video, was ich hier oben auf dem i verlinken werde, erzählt habe. Also er hat bei mir schon einen guten Halt gegeben und damit konnte ich auch schon den Schnurrbart stylen und sowas. Aber das hier ist eben eine festere Variante von diesem Bart Balsam. So würde ich das zumindest beschreiben, mit einem höheren Bienenwachsanteil und generell einfach ein bisschen fester. Das ist, denke ich, auch so der Grund, warum sich das auch perfekt für die Frisur eignet. Wobei es in den Haaren, muss ich sagen, eher einen mittleren als einen starken Halt gibt. Und im Allgemeinen fühlt sich das Produkt in den Haaren sehr ähnlich an wie die rote DAX, also wie DAX Wave & Groom. Was ihr ja auch inzwischen, glaube ich, in jedem guten Drogeriemarkt eigentlich finden können müsstet. So von der Konsistenz her, wie diese typische Petro-basierte Pomade, also wie diese typische Vaseline-basierte Pomade, hat dafür aber, finde ich, eine wesentlich angenehmere Anwendung im Haar. Denn diese Vaseline-basierten Pomaden sind immer unfassbar klebrig. Und das Wollwachs, was hier drin verarbeitet ist, worauf der Bastian in allen seinen Produkten, soweit ich weiß, zurückgreift, ist einfach viel, viel angenehmer, weil es sich direkt in den Händen auflöst und du das Ganze dann dementsprechend besser verteilen kannst in den Haaren. Vom Glanzfaktor her, in den Haaren ein sehr stark glänzendes Produkt auf jeden Fall, was ich persönlich sehr begrüße, weil ich finde, dass es der Welt an stark glänzenden Pomaden mangelt. Denn sobald du dich in den Bereich von mittlerem bis hohem Halt begibst, nimmt der Glanzfaktor irgendwie exponentiell ab. An der Stelle muss ich aber nochmal betonen, diese Pomade hier wird keinen Halt bieten wie eine Murrays-Pomade beispielsweise. Also nicht wie diese überstarken, fettbasierten Pomaden, sondern eher wie so eine mittlere Pomade, wie eben diese rote DAX, wie ich schon erwähnt habe. Für den Bart, und das dürfte einige von euch interessieren, gibt sie dafür aber einen entsprechend höheren Haltfaktor. Und zwar nicht auf so eine Schnurrbart-Wichse-Art und Weise, die sofort irgendwie dann den Schnurrbart beispielsweise in Form bringt, sondern eher wie ein sehr fester Bartbalsam, der dann im Laufe der Zeit mit zunehmender Bewegung, die du halt machst, deinen Bart in Form bringt. Das kann man ganz besonders toll sehen, wenn man sich meinen Schnurrbart anschaut. Denn ich habe euch jetzt irgendwie drübergelegt, mal so eine Szene, oder werde die jetzt noch drüberlegen, wie ich mir den Schnurrbart heute Morgen gestylt habe. Und da könnt ihr ganz eindeutig sehen, dass die Seite hier beispielsweise noch nicht so diese schöne Welle hat, die ich jetzt gerade habe. Und daran sieht man, dass dieser Balsam auf jeden Fall mit dir arbeitet und mit den Bewegungen arbeitet, die du an deinem Bart vollziehst. Denn was ich immer gerne mache, wenn ich nachdenke, werden viele von euch wahrscheinlich auch machen, die so ein Schnurrbart haben, ist, dass ich da immer so ein bisschen irgendwie dran entlangfahre. Und damit hat sich eben der Schnurrbart nach ein bis zwei Stunden, ehrlich gesagt, schon in diese wunderschöne Form gegeben. Das heißt, der Halt von dieser Bartpomade ist eigentlich eher wie so ein sehr festes Bartbalsam. Und das kommt dann eben nach einer ganzen Weile alles zusammen. Was du aber natürlich auch machen kannst, ist selbstverständlich eine Rundbürste beispielsweise nehmen und einen Föhn. Und wenn die Pomade im Bart drin ist, mit einer leicht warmen Temperatur da reinzuföhnen, nicht zu stark, damit du dir nicht wehtust und damit das nicht irgendwie zu lose wird. Und dann einfach den Bart dementsprechend in Form bringen. Funktioniert auf jeden Fall ausgesprochen gut. Es ist ein sehr festes Produkt, was du auch anfangs im Bart merkst. Nach einer Weile wird sich das dann ein bisschen auflösen und dir eher ein natürlicheres Feeling geben. Aber im Gesamten muss ich sagen, auf jeden Fall ein sehr tolles Produkt, um Barthaare zum Anliegen zu bringen. Der Haltfaktor von diesem Produkt variiert, finde ich persönlich, relativ stark mit der Temperatur von der Umgebung, in der du dich gerade befindest. Das heißt, ich habe das Produkt die ersten Male probiert, als es jetzt so brütend heiß war. Also als es 30 Grad und über 30 Grad war. Und da muss ich sagen, hat es in den Haaren auf jeden Fall eher einen leichten bis mittleren Halt. Und ich schätze, dass es im Winter sich auf jeden Fall ein bisschen verstärken wird, der Halt, weil das Produkt in seiner Dose oder in seinem Glas hier auf jeden Fall auch sehr fest ist. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn die Temperatur sinkt, dass dann der Haltfaktor in den Haaren beispielsweise natürlich steigt. Wobei man auch immer dazu sagen muss, dass der Halt im Bart immer ein bisschen stärker sein wird. Einfach weil die Kopfhaut bei den Haaren einfach näher dran ist und das dann im Gesamten einfach so ein bisschen wärmer ist. Interessant fand ich abschließend auch das Thema Auswaschbarkeit. Denn es sollte eigentlich klar sein, dass bei einer fettbasierten Promade die Auswaschbarkeit nicht so gut ist. Und du auf jeden Fall 1, 2, 3 Shampoo-Durchgänge benötigst, bis das Produkt vollständig aus deinen Haaren verschwunden ist. So ist es auch bei dieser Promade. Aber was ich hier interessant finde, ist, dass die Haare nach dem Auswaschversuch, also wenn das Produkt noch nicht komplett aus den Haaren raus ist, dass sie trotzdem ein Finish haben, was nicht so ungepflegt aussieht, wie das bei Vaseline-basierten Pomaden beispielsweise der Fall ist. Sondern die Haare haben dann einfach einen etwas stärkeren Glanz als so im komplett squeaky clean Zustand, wie sich das auch teilweise im englischsprachigen Bereich nennt. Aber es ist eben ein natürlicher Glanz, der nicht zu stark ins Gewicht fällt. Und wenn du dann beispielsweise ein Heavy Clay benutzen würdest oder ein Haarwachs oder sowas mit einem natürlichen oder matten Finish, dann fällt das auch gar nicht so auf. Und ich finde, dass es sogar noch so ein kleines bisschen einen natürlichen Glanz eben hinzufügt, der der Frisur dann auch nochmal gut tut. Insgesamt aber durchaus ein überzeugendes Produkt. Ich finde das schwarze Label-Design auch ehrlich gesagt ziemlich interessant. Würde mich freuen, wenn Bastian da noch ein bisschen mehr mit experimentiert und vielleicht auch noch weitere Produkte rausbringt. Ich glaube, einen Schnuppertwachs gibt es ja bis jetzt noch nicht. Vielleicht wäre das ja auch mal eine Option in Zukunft. Auf jeden Fall sehr interessantes Produkt. Ich verlinke euch alle nötigen Informationen in der Beschreibung dazu, damit ihr euch das mal von näher anschauen könnt. Und genau, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls es denen so ist, lasst mir wie immer gerne eine positive Bewertung da. Zeigt das Video einem Freund, einer Freundin, einem wertigen Mann oder sonst irgendjemandem, der sich dafür interessieren könnte. Das wird mir sehr stark weiterhelfen. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht kennt und ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert den Kanal gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Kai.